Wir stehen hier auf dem Gelände vom Trinity College. Ja, wir haben uns jetzt leider irgendwie ein bisschen verlaufen hier auf dem Grundstück. Ist alles ziemlich riesig und ziemlich Video überwacht. Ja, ist auf jeden Fall ein riesen Komplex und wie wir gemerkt haben, kann man sich schnell verlaufen und kommt dann nicht mehr raus, aber wir sind jetzt schon wieder da, wo die ganzen Touristen sind. Genau, die stehen an für das Buch der Kelten in der Bibliothek, in der College Bibliothek Dublin. Es hier geht's. Wir sind gute 충분ie! Peace zu Begin, auf jeden Fall. Wir sind gut, wir sind. Er ist zu tief, inzwischen. Herzlichen Glückwunsch und erstmals eine Öffnungen. Das war k Erfolg! Komma, girl! Hallo aus dem Ryanair Flug von Dublin nach Kopenhagen. Ryanair hat 30-jähriges Jubiläum, daher gab es heute Kaffee-Staff-Grupp für 3 Euro für 30 Cent. Und mit einem Filterkaffee, der übrigens ganz interessant durch den Filter getrunken wird, und unserem Maileys Toffee aus Dublin lässt sich der Flug ganz gut aushalten. Und wir werfen noch einen Blick aus dem Fenster.